Ja, Konstantin, beziehungsweise Kuka, das klingt so förmlich. Morgen geht es gegen Borisov. Ihr habt euch das in der letzten Saison mit einer ganz tollen Leistung erarbeitet. Wie geht ihr das Spiel morgen Abend an? Ja, das ist richtig. Wir haben im letzten Jahr sehr viel investiert, um in den Wettbewerb jetzt dabei zu sein. Wir wollen natürlich morgen auch alles dafür tun, um auch Punkte mitzunehmen. Ich glaube, es hat sich die Mannschaft, wie gesagt, verdient, hier zu spielen. Und von daher gehen wir in dieses Spiel morgen, wie in jedes andere, haben den Gegner analysiert und hoffen natürlich auf ein gutes Ergebnis morgen. Dankeschön. Jetzt aber, Coach. Du hast gestern schon gesagt, ihr geht das Spiel genauso an wie sozusagen oder mit der genau gleichen Bedeutung wie das Spiel gegen Werder Bremen. Worauf habt ihr heute nochmal Wert gelegt und wie geht ihr es an morgen Abend? Ja, guten Tag mal. Ja, für uns ist natürlich ein Auszeichnung, dass wir in so einem Bewerb dabei sein dürfen. Wir haben die zwei Spiele unterschiedlich gut gemacht. Sehr, sehr gute erste Halbzeit in London, sehr, sehr gute zweite Halbzeit gegen Roter Stern. Und wir hoffen, dass wir morgen dann über 90 Minuten ein gutes Spiel machen. Es wird notwendig sein, gegen diese Mannschaft punkten zu können. Aber für uns ist das natürlich schon ein ganz wichtiges Spiel, unabhängig davon von der Meisterschaft, sondern es geht darum, Sicherheit zu holen. Wir wollen da unsere Spiele, die wahrscheinlich besser sind als die Ergebnisse, das wollen wir positiv mitnehmen. Das heißt, wir wollen ein positives Ergebnis machen. Wir wollen einen unentschieden oder einen Sieg mitnehmen, je nachdem, wie es möglich ist. Der Gegner ist gut, aber wir sind sicher besser, als das von der Papierform momentan aussieht. Und deswegen sind wir eigentlich auch ganz zuversichtlich. Ja, also wir gehen in diesen Tagen jedes Spiel gleich an, gleich wichtig. Es hat jedes Spiel eine sehr Wichtigkeit, das ist klar. Und der Kader von uns ist natürlich schon auch so strukturiert. Das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung, dass wir viele Spieler haben, die die Berechtigung haben, hier in der Startformation zu stehen. Wir haben auch sehr viele in dieser Saison schon von Beginn an gespielt. Und unsere Überlegung ist eben, ob wir da einen oder anderen Spieler bringen sollen, bringen können. Das hat zum Teil auch mit Eindrücken, die wir im Training sehen, wo jemand ganz gut unterwegs ist. Auf der anderen Seite haben wir auch Spieler dabei, die relativ viel gespielt haben, wo wir auch in der Überlegung sind, ist das für die gut, diese positive Entwicklung mitzunehmen oder versucht man daher ein bisschen Pause zu machen vor Sonntag. Unser Leistungsgefälle ist nicht so groß, als dass das auf unsere Spielidee dann so wahnsinnig viel Einfluss hat. Also wir werden sicher nichts experimentieren und wir werden nichts machen, wo sich die Jungs nicht wohlfühlen. Aber wir überlegen, die eine oder andere Formation zu verändern. Ja, das stimmt. Hat aber dann, wäre auch dann die Möglichkeit, wenn das funktioniert, dass die Saisonjungs dann Sonntag wieder beginnen. Also ich glaube, wer uns kennt, weiß, dass wir vielleicht ein bisschen anders ticken. Wie gefährlich ist der Gastgeber? Wie gefährlich ist der Gastgeber? Wie gefährlich sind Ihre Hose? Ja, also für uns sehr gefährlich. Ich glaube, alle wissen, dass es ein Verein ist, der es eigentlich gewohnt ist, Champions League zu spielen. Wir haben eine Mannschaft, die es gewohnt ist, auch die Liga zu dominieren. Das sagt natürlich auch vieles aus über die Spielart, die sie haben. Ein normalerweise ein dominantes Spiel, ein feines Spiel in der Spitze. Sehen wir, ja, schnelle Spieler. Auf der anderen Seite ist es halt doch auch so, bei Vereinen, die es gewohnt sind, ihre Liga zu dominieren. Ist so, dass das Defensivspiel nicht unbedingt die Lieblingsarbeit dieser Mannschaft und unsere Aufgabe, das wird schwer genug sein, aber unsere Aufgabe wird sein, selbst so aktiv zu sein, dass wir sie auch im Defensivbereich beschäftigen können. Da würden wir unsere größeren Chancen sehen. Mal sehen, ob wir das schaffen, das auch hinzukriegen. Herr Stöker, Hans Schäfer wird morgen 90 Jahre alt. Er hat auch schon ausrichten lassen, dass er sich das Spiel trotz seiner Feier ansehen wird und sich einen Sieg wünscht. Ist das eine besondere Motivation? Ich glaube, wir schätzen ihn alle extrem sehr in diesem Klub. Es gibt niemanden, der von den Leuten, die es im Verein sind, nicht guten Kontakt zu ihm hat. Wir werden ihm dann auch morgen offiziell alles Gute wünschen. Ich weiß, dass er mit der Mannschaft mitfiebert. Ich weiß, dass er uns die Daumen drückt. Es tut schon gut, wenn man weiß, dass außergewöhnliche ehemalige Spieler und Legenden sich für den Klub immer noch interessieren und so zu der Mannschaft stehen, wie sie einem wirklich macht. Das macht mich als Trainer dieser Mannschaft schon ein wenig stolz. Da haben Sie recht.